Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der Pokémon Schwarz Weblog Challenge. So, und Freunde, heute werden wir uns mal wieder den Kämpfen zu widmen. Und zwar kämpfen wir gleich zuerst mal kurz gegen Charon in der Trainerschule. Und danach, Freunde, geht's ab in die erste Arena. Wird ja auch wirklich mal Zeit, jetzt mein Part, weil ein bisschen Level Part. Und Gisela ist jetzt auf Level 11 und Envy auf Level 12. So, Freunde, ich würde sagen, ich würde Envy aber nach vorne setzen, weil Charon wird zwar Fleunke haben, aber soweit ich weiß, beginnt er mit was anderem. Deswegen machen wir das jetzt so. Okay, so, hi Charon. Wird dein Pokémon vergiftet? Schwinden seine KP nach und nach. Ja, ist was mehr. Na, Tim, suchst du die Arena, Alter? Ja. Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Tim tritt aber gegen mich an. Ich möchte rausfinden wie ihr. Okay, Freunde, dann bin ich gespannt, was Charon so drauf hat. Ich hoffe, wir haben genug trainiert, um das zu schaffen. Level-Camp haben wir auf keinen Fall überschritten. Ich habe übrigens noch nicht direkt auf Level 14 trainiert, weil wir müssen ja noch vorher ein paar Kämpfe machen, nicht wahr? Er fängt direkt mit Fleunke an. Oha. Das wusste ich nicht. Aber es ist Level 8. Okay. Level 12, Level 8. One-Hinten würde uns die Glut-Ohne-Crit auf keinen Fall, aber es will ich auch nicht riskieren. Deswegen möchte ich einfach in Gisela. Ach du Scheiße. So, Gisela. Zeig mal. Routenschlag, okay. Gut, nur die Deaths senken. Das... Also, vor Tackle habe ich gar nicht so. Die Angst haben mehr Angst vor Glut. Weil... Einfach weil Step. Und es kann uns verbrennen. Wow, er macht die Hälfte Schaden, so ein Tackle. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht, Gisela. Was aber die Singlebeere gab, okay. Okay, auch mit zweimal Routenschlag würde ein Tackle nicht zu einem One-Hinten reichen. Das glaube ich nicht. Okay. So, Tackle wird jetzt leider durch die Siegelbeere auch nicht reichen. Okay, wie macht es ein Tackle? Das ist das jetzt. Okay, nur 12 HP. Das ist gut, das ist gut. So, Tackle down. Sehr gut. Fleut wurde besiegt. So, damit ist der Fred im Gegnerteam schon mal ausgelöscht. Und Felilu kann jetzt ruhig Envy machen. Ich denke, da dürfte Envy ganz gute Chancen gegen haben. So, Felilu. Dann zeig doch mal, was du so kannst. Und meine Mutter ruft gerade an, Freunde. Also, wieder ganz, ganz kurzer Cut. So, dann bin ich wieder, Freunde. Es ist unfassbar, wie oft ich im Moment unterbrochen werde in der Aufnahme. Aber gut, machen wir weiter. Rankenhieb Envy. Amps. Okay. Ich mache auch die Hälfte Schaden. Was kriegst du jetzt, wenn du jetzt Gloom kriegst, ne? Es ist aber kein Step. Das reicht nicht. Das reicht auf keinen Fall. Okay, alles klar. Ist unfassbar. Ich sollte sowas nicht mehr sagen. Ich habe auch als, ähm... Wir Fedilu verloren haben ja auch gesagt. Boah, wenn jetzt ein Crit kommt, ne? Und dann war es einfach ein Crit. Ich darf sowas nicht mehr sagen. Ich sehe schon. Ich war wohl einfach noch nicht erfahren genug, um gegen dich zu gewinnen. Das würde ich ja wohl auch meinen. Und du warst unterlevelt. Wie erwartet, ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit. Hier Tim, diese Beere ist für dich. Tim, die Seenbeere. Sehr großzügig von dir. Werden wir auch gleich wahrscheinlich in der Arena jemanden zum Tragen geben. Aber ich würde sagen, das machen wir erst beim Arenaleiter. Und vorher noch nicht ein... Ich will die Beere nicht vorzeitig verlieren. So, wir heilen uns jetzt vor. Und dann geht's ab in die Arena. Ich bin gespannt, wie das verlaufen wird. Tränke dürfte ich genug haben. Ich glaube, ich habe noch... Ich glaube, ich habe sogar zehn Stück. Ich habe mir am besten paar neue gekauft, nicht wahr? Wir schauen doch mal einfach. So, Beutel. Neun. Okay, gut. Neun Tränke dürfte aber auch reichen. Gut, Leute, dann würde ich sagen. Wir beginnen mit der Arena. Wie? Also, ich arbeite hier als Arenaleiter. Aber... Wer bist denn du? Du willst dich hier in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl? Zappi voll, verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs vorher schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Beispielsweise könntest du dein Pokémon in der Traumbrache trainieren. Also, ich erwarte dich drin. Kann ich eben nicht. Da sind ein paar Trainer, gegen die wir noch kämpfen könnten. Aber... Ich denke... Wobei... Machen wir das erst? Ich glaube, wir gehen erst mal kurz in die Traumbrache und leveln Giesel da noch ein kleines bisschen. Why not? Nicht wahr? So, das sind noch die Trainer, gegen die wir kämpfen können. In der Traumbrache können wir noch kein neues Pokémon fangen, weil wir noch nicht den Zerschneider haben. Machen wir aber im nächsten Part, schätze ich. So, du hast ebenfalls einen Fehl, du? Okay. Okay, gut. Das dürfte ganz gut aussehen zum Leveln. Tackle! Bams! Wow! Dead Damage! Wundervoll! So, okay. Ich mache es einen Heuler. Das stört mich aber gar nicht so sehr. Und down! So, was hast du? Noch ein Fehliger. Okay. Da bleibe ich einfach mal drin. Ich glaube, mit zwei Tackle dürftest du trotzdem down gehen. Ja, es sieht dann noch aus. Als würden zwei Tackle reichen. Oder, aber ja, vielleicht drei. Ne, zwei. Okay, wunderbar. Das ist ja schön. So, noch ein Kampf und dann ist dieser Level 12. So, ich glaube, ist das da auch noch ein Trainer und Trainerin? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. So, aber erstmal ist das halt natürlich, wir verlieren jetzt gegen ihn. Aber das halte ich dann doch für unwahrscheinlich. So, Tackle! Okay, kein Crit oder sonst was. Kein Thema, man. Gut, noch ein Nagelitz. Sind die alle auf Level 7? Ja, bis jetzt schon. Bams! Boah, Critical Lift. Sehr schön, Gisela. Und Level 12. Hervorragend! Und das letzte Pokum ist ein Yorclef. Yorclef ist ein bisschen stärker, habe ich den Eindruck. Aber dennoch. Kann es uns nicht besiegen. Alles klar, sehr schön, Gisela. Du so langsam entwickelst du wirklich Kämpferpotenzial. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ist die auch noch eine Trainerin? Nein. Du, sag doch mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Serpifol. Verstehe, da passt dieses Sodamag ja wie die Faust aufs Auge. Uh! Ich bekomme hier einen Sodamag? Uh! Ist ja cool. Problem ist, dass wir das gegen den Arena-Eiter nicht so gut benutzen können. Ähm, zählt das jetzt eigentlich als Pokémon für die Traumbache oder hatte ich das mit der Regel, dass geschenkte Pokémon behalten werden dürfen? Ich werde es für den nächsten Part einfach mal nachsehen. Wie nenne ich dich denn? Ähm, ich glaube, ich nenne dich einfach Suiton. Für Wasserversteck aus Naruto. Ich mag den Wasserhafen nicht. Aber ist egal. Egal! Vor allem nicht männlich. Gut, und was habe ich für eine X-Abwehr? Okay. Ähm, dann gucken wir uns das, äh, unser Suiton nochmal an. Level 10. Okay. Lasch, Traumbrache, Kratzer, Schlecker, Akaknache. Okay. Kurz sortieren. Zack. Zack. Ja, okay. Perfekt. Ja, äh, ja. Ich denke mal, kann ich Suiton schon benutzen in der Arena? Wir werden gleich sehen, Freunde. Sonst müsste ich Suiton auch nochmal ein bisschen trainieren. Ich habe gar nicht, ich wusste gar nicht, dass man da das Pokémon bekommt. Aber okay. Das ist ja blöd, dass ich jetzt Phililo nicht mehr habe, ne? Wobei, nee, das wäre gar keine Partner-Pokémon gewesen, weil das so da mag männlich ist. Okay. So, Freunde, dann gehen wir jetzt aber in die Arena. Und, äh, ich werde Soda mag einfach mal, äh, Soda mag einfach mal nach vorne setzen. Denn, äh, der erste Trainer dürfte jetzt noch nicht so die Gefahr werden. Aber wir schauen mal. Dum, 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 dum. Richtig cool. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier, für dich. Tafelwasser. Nehme ich gerne. Sehr gut. So, wer bist du eigentlich? Willkommen. Unser Angebot ist auf die Vorlieben der Trainer abgestimmt. Ah. Darf ich mir jetzt aussuchen, auf was denn fällt ich hier? Oder muss ich auf das nehmen, was da jetzt auf dem Vorhang ist? In das Restaurant, irgendwie ganz interessant mit der Arena. Oder andersrum in die Arena, ganz interessant mit diesem Restaurant. Achso, ich muss da nehmen, was da auf der Effektiv ist, ne? Genau. Okay. Alles klar, so, dann erster Trainer. Willkommen in der Arena von Orion City. Hier wirst du mit den Grundlagen des Pokémon-Kampfes verköstigt. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Servierer John-Luca. York, welches Level? Elf. Oha. Okay. Nach der Arena werde ich Subiton auf jeden Fall mal ein bisschen trainieren, weil so ein Wasser-Pokémon kann man immer wieder gut gebrauchen. Ah, die Aqua-Knarre macht aber nicht gerade viel Schaden, ne? Wobei, geht's. Den Tackle dürfen wir trotzdem überleben. Subiton packt das schon. Bämst. Und geht noch nicht down. Biss, okay. Überleben wir aber. Oh Gott. Damage. Ja, das bringt mir auch überhaupt nichts, dass Subiton hier, ähm, ja, dass ich Subiton bekommen habe für die Arena, weil, wobei, ich level ganz gut, weil, ähm, ich kann Serpify nicht benutzen. Also, ich kann nicht Serpify und Subiton benutzen, deswegen level ich lieber mit Gisela und, äh, lieber Gisela noch ein bisschen weiter. Äh, Subiton werde ich aber nach der Arena, wie gesagt, ein bisschen leveln, denn ein Wasser-Pokémon ist gar nicht so verkehrt. Ich liebe Wasser-Pokémon auch wenn, naja, gut, Subiton letztlich, also, Soda mag jetzt nicht so sehr. Soda cheet er schon gar nicht. Äh, egal. Ich bin der zweite Gang, los, vernasch mich. Was, ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich bin gespannt. Wir werden Subiton auf jeden Fall noch ein bisschen im Team behalten. Bin froh, weil wir jedes Pokémon, das wir mitnehmen können. Und wenn es Nagelotz oder Soda mag sind. Oh, ich kotze mich einfach immer nur über meine Pokémon aus, kann das sein. Haha, es tut mir ja leid. Es tut mir ja leid, Freunde. So, der Silberblick. Aber. Oh Gott, Geduld. Ja, okay, gut, aber kam ein bisschen spät. Weil mit der nächsten Attacke geht das Nagelotz down. Okay, du speicherst Energie. Und down goes den Nagelotz. Good boy. Hervorragend. So, das nächste Pokémon ist noch, ist ein Fidilu. Das kann, ach, Moment. Oh, ich hab den Death Drop, ne? Ah, hast du gerne noch keinen Schaden bekommen. Nein, nicht bis. Damit. Adler Auge. Wow, zahlt sich aus. Aber Fidilu ist schneller, das überrascht mich irgendwie. Tackle. Die will macht der Katze. Wir haben Death Drop. Okay, nicht viel. Nur 9 HP, das gefällt mir. Die Tackle macht dann doch erheblich mehr Schaden. Gut, mach nochmal ein Heuder. Das ist mir egal. Den nächsten Tackle überlebst du sowieso nicht. Fidilu, bam. Und beim Anis-Sacret besiegt. Sehr schön. Okay, wir haben gewonnen. So, die Pokémon sind aber noch nicht perfekt aufgelevelt, nicht wahr? Das ist natürlich ein bisschen doof. Wir sind jetzt schon beim Arena, Alter, glaube ich. Ja, das Level Cap liegt bei 14. Oh, was? Wieso startet der Kaff denn jetzt schon? Willkommen, der Pokémon Arena. Wieso startet der denn jetzt schon? Hey! Ich bin auch noch gar nicht... Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin der hervorragige Mike, der den mit seinen Feier-Pokémon einheizt. Wasser ist mein Element Colin, der Name. Sehr erfreut. Und ich bin Benny, mein Herzstück für Pflanzen-Pokémon. Zusammen sind wir die Power Ranger. Ich meine... Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Pflanze. Das wäre dann ja geklärt. Ich, Mike, bin also dein Gegner. Gleich wird's brenzlig für dich. Oha. Ah, okay, gut. Ich muss noch nicht gleich gegen ihn kämpfen. Ach, Leute. So, ich heil Gisela kurz. Zuiton brauche ich eingehend nicht heilen. Aber ich mach's trotzdem. Zuiton kann ich hier nicht liegen. Ich würde es nur verlieren. Deswegen fange ich einfach mal mit Envy an. Und weil ich weiß, dass Grillmark hat er als Feuerpokémon dabei. Und das kommt erst an zweiter Stelle. Hoffe ich jedenfalls. Das habe ich mit Sheldon auch so gesagt. Aber wir werden sehen. Jaha, ich bin der Stärkste von uns dreien. Du kannst dich ruhig geert fühlen. Davon will ich mich jetzt erstmal selber überzeugen. Freunde, der erste Arena-Kampf. Ich bin gespannt. Eine Herausforderung von Leiter Mike. Jorklef wird in den Kopf geschickt. Okay, gut. Er fängt mit Jorklef an auf Level 12. Ja, ja, Level 12. Okay. Könnte gefährlich werden. Rankenheap. Bombs. Oha. Dead Damage. Not. Vor allem, die haben ja noch Tränke. Vielleicht kann ich die mit Envy aber schon ausstallern, die Tränke. Kraftschub. Oh Gott, nein. Geh weg. Geh einfach weg, Jorklef. Im Ernst. Geh einfach weg. Oh Gott, bis. Oha. Mal jetzt mal kurz Trank. Okay, Leute. Ich bin gespannt. Oh nein. Der benutzt auch einen Trank. Ah. Gut, ich kann eigentlich nichts machen, außer weiter auf Rankenheap gehen. Bams. Noch Kraftschub. Alter. Hör auf, dich zu boosten. Oh, ich spiele die ganze Zeit. Das tut mir leid. Oh Gott, macht mich das nervös. Jetzt kommt ein Biss. Überleben wir den? Ja, aber er macht genau die Hälfte Schaden. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass er nochmal auf Kraftschub geht. Ach, hey, nee, er wird doch Biss. Aber das macht jetzt nicht die Hälfte, aber das macht jetzt nicht die Hälfte. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal auf Rankenheap. Bams. Bams. Und? Ah, so knapp. Ey, so knapp. Oh, mein Herz ist gerade stehen geblieben, Freunde. Aber er hat nicht reicht, um es auszunocken. Sehr gut. Wir konnten den Yorkleaf Sweep verhindern. Okay. Und Level 13. So, ich hoffe, Wachstum, okay. Ja, kommt ein bisschen spät. Äh, gegen Wickel. Wer Wickel sowieso nie benutzt. So, jetzt kommt Grimak. Und da hoffe ich mal, dass Nagelot das hinkriegt. Obwohl das Ding halt zwei Level über uns ist, ne? Das wird gefährlich. Ähm. Aber ich habe das mit dem Level Cap vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also, dass ich nur auf Level 12 trainiert habe, war vielleicht ein Fehler. Äh, ich glaube, ich werde es beim nächsten Mal so machen, dass ich wirklich vor dem Arenaleiter noch mal trainiere. Dass ich vielleicht die ersten ganzen Trainer mache und dann erst den Arenaleiter. Was soll die Musik? Das macht jetzt irgendwie alles kaputt. Ein, der Schein, wie viel Schaden macht das? Willst du nicht über die Hälfte? Willst du nicht über die Hälfte? Okay, gut. Das macht überhaupt keinen Schaden. Ja, okay, gut. Damit kann ich leben. Ich bleibe einfach auf Tackle. Nein, du hast auch Kraft. Kraftschupe, hör doch auf damit. Och, Alter, nein. Wieso? Wenn du jetzt auch einen Trank hast, wird das eventuell noch ziemlich gefährlich werden. Eine schon nochmal. Viel Schaden. Na. Okay, 14 HP. Dann gehe ich jetzt nochmal auf den Trank. Und dann dürfen wir es gleich ausschalten. Boah, Leute. Das ist gerade echt spannend, muss ich sagen. Die Musik passt aber irgendwie überhaupt nicht so wirklich. Finde ich. Dafür ist es mir gerade irgendwie auch ein bisschen zu spannend. Nochmal ein Aschern. Wie viel? Okay, überleben wir. Noch ein Einaschern überleben wir also. Komm. Kein Crit. Wenn jetzt ein Crit kommt, würde das den Tod für Gisela bedeuten. Okay, gut. Und Tackle. Leute. Wir haben es geschafft. Der erste Orden ist unser. Sehr gut. Sandwirbel. Äh. Was haben wir denn noch? Bis. Gena. Sörblick. Weg mit Silberblick. Ach, Leute, Leute. Hervorragend. Jetzt ist es aus. Mich hat es erwischt. Und wir haben Sui-Ton nicht mehr gebraucht. Wow, du bist echt stark. Und gemäß den Statuten der Pokémon-Liege hältst du jetzt diesen Arena-Orden. Ach, herrlich. Unser erster Orden. Wie ist der Balance-Orden oder so? Der Tri-Orden, genau. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Benutzt du einen Orden, befolgen auch im Tauscherhalten der Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Kraftschub. Kann, glaube ich, ein Abfall auszulernen, ne? In dieser TMA 83 befindet sich Kraftschub. Ah, nee, warte mal. Soda, Soda, ähm, Mag kann das doch auch klären. Ja, Leute. Das war's dann auf jeden Fall für heute. Wir haben den ersten Arena-Alter bezwungen. Und, äh, ja. Im nächsten Part werden wir uns dann mal Richtung Traumrache begeben. Und uns mal anschauen, was wir da machen können. Ich werde gleich nochmal nachgucken, ob ich den da Pokémon fangen darf. Und ja, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und haut raus. Ciao. Ciao.